Ich glaube die Felsen sind so rot, ich geh mal runter. Wir sind immer noch auf Microtech, Leute. Das ist ja so brünnig, so Tondra, ehrlich. Ja. Cool. 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 So hast du wirklich jetzt hier irgendwelche kleinen Höhlen und so, findest du wirklich, dass der Erkunden dann wirklich Sinn macht. Schau dir doch, das machen wir hier mit den Felsen, so geil. Ja, der kleine Canyon, der Weg, also, das kommt um diese überhängenden Felsen und so, das sieht so klasse aus. Ich kann mir richtig viel, wenn man hier so einen Hinterhalt, das kann ich mir vorstellen. Ich hab überall auch Flecht und Ose drauf und so, das ist schon super. Ey, richtig geil. Richtig geil. Ja, wir sind immer noch in Star Citizen hier, also, es ist echt heftig. Echt heftig gerade. Ja, wenn es wieder zu schallt, das ist richtig geil. Ja, du siehst auch bei einer Freelancer, was die ganz schön unten die Düsen viel arbeiten, um dich in der Höhe zu halten. Also, das hat zumindest schon so berechnet alles. Ja, das war vorhin bei der Buccaneer auch richtig geil. Bei jeder Steuerbewegung hast du gemerkt, wie die Düsen angegangen sind. Richtig cool animiert auch. Nee, ich glaube auch nicht, dass es kommt, also, ich weiß es nicht. Ich hoffe es, weil im Werbespot war es ja für mich ein ausschlaggebender Punkt sogar. Ja, Chris Roberts hat gesagt, die Schiffe sollen jetzt so aussehen wie in den Konzepts. Zum Beispiel die, meine, wie heißt der nochmal, der Langstreckenjäger. Die haben sie auch komplett neu gemacht. Vanguard. Die haben sie auch komplett neu überarbeitet mit denen, aber Kettenfahrwerk und vorne der Beleuchtung und alles. So wie auf dem Konzept damals. Gut, hier gehen wir mal raus. Guck mal, ich büge mal alles an. Echt cool. Power on. Power on. Engines off. Engines off. Schauen wir mal. Es ist on. Nein. Off. Gut. Schauen wir mal. Es sind sogar die Blüten hinten durchs Deck. Also ich würde die Seitentür nicht nutzen, aber egal. Wieso, was ist damit? Ich bin vorhin in die, in die Zwischenwand, zwischen den, da wo die Waffen eigentlich dranhängen, reingepackt. Okay. Also echt krass krank. Guckt's euch an. Ah, das ist heftig, oder? Wenn man bedenkt, das ist ein Weltraumspiel, wo du eigentlich fliegst. Da habe ich schon Spiele gesehen, die seien schlecht aus, wo du eigentlich nur auf dem Boden rumgelaufen bist. Oh ja. Oh ja. Liegen sogar Äste rum hier. Wahnsinn. Ein bisschen rausfahren. Gott. Echt krass. Schönes Stück Erde. Hier würde ich mein Donkel herstecken. Vielleicht kannst du sogar noch meinen hier. Gut, das muss man auch noch probieren. Mit diesen ganzen Fräsköpfen, Laserköpfen jetzt. Da gibt es ja tausende, ich glaube sechs Stück, oder? Ja, ich habe schon probiert, ich habe mir mal einen so geholt, der ein bisschen mehr power hatte, der sah aus wie so ein Ghostbusters, Racer, der so wapplich war. Es funktioniert auf jeden Fall, ich muss bloß gucken, es gibt welche für Grösse 1 für die Prospector und Grösse 2 ist hier für den Mugel. Ja, da muss man auch noch drauf achten, nicht, dass man sein Geld für sinnlose Sachen als gibt. Man muss auf mehr Dinge achten, ne, habe ich gesehen. Ja, die ganze Oberfläche ist ein bisschen anders jetzt. Ey, ist das Hammer. Ja, dafür haben sie ja den Mugel eingeführt, weil die großen Steine mit 5400 Kilo, die kriegst du, glaube ich, auch schon mal, wo du dann zwei Prospector posten, um den überhaupt aufzukriegen. Ja, das habe ich gar nicht gebacken mit der Prospector, musst du schon die Mugel nehmen. Ja, oder 1, 2 oder 3 gleichzeitlich, aber ist dann schwierig. Vielleicht nur noch ein kleiner Seedateich hier, weil es richtig schön erhängt. Ja, wenn mal das, äh, Terrain manipulierbar ist, kann man hier sich noch einen schönen See herbauen, jo. Ja, wenn dann mal die Tierwelt noch dazu kommt, bestimmt geil. Ja, gut, stellenweise sind nicht ganz auf dem Boden. Ja, hier fängt das noch richtig lang, du siehst jetzt auch den Staub und so, der hier lang zieht rum. Merkst du, wie richtig die Sonne verdunkelt? Ja, haben sie ordentlich gemacht, richtig ordentlich. Ja, und dann wollte ich auch noch kommen, zum Beispiel, dass, wie sie bei der, äh, Z-Comics zeichern, dass dann die Anzüge so dann verstauben oder halt der Schnee dann draufkommt, auch bei Fahrzeugen und so. Ja, oder dass er dann so die Hand vor das Gesicht nimmt, soll er keinen Helm aufpassen. Ja, okay, Atmosphäre ist die auf jeden Fall. Atmosphäre ist, dann werden wir mal den Helm abnehmen. Ja, Helm kann man abnehmen. Siehst, das kommt ja auch noch, dass der Helm wirklich, äh, physisch ist und es drehen und tragen muss oder halt an eine Rüstung und hängen, nicht einfach dieses unsichtbare Inventor. Ja. Ja, Leute, das war's erstmal hier. Schöne lange Runde, gezockt. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Ja, das ist richtig. Also das... Das Dino nicht fertig ist, aber... Das... Das ist richtig. Vielen Dank.